moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja ich bin hier auf der auf dem weg in richtung dieses angrabs irgendwie ich glaube den haben wir noch nicht aber ich denke vielleicht gleich das aus können wir dahin und wir haben wir auch irgendwie verloren oder er hat uns verloren besser gesagt wenn wir den weg hier wieder zurückgehen dann müsste er uns irgendwann entgegen laufen so beziehungsweise warte mal wenn ich hier noch mal schaue die macht er ahnen wen haben wir noch mal ja die macht von akasha einer snorre berg und bald wer fehlt uns irgendjemand wird uns noch fehlen wie hießen die alle noch mal also mit der letzte meinte zumindest wie hieß der hat sie weg ne guck mal vielleicht kommen wir wirklich über xadas da hin so habe ich noch was zum grillen ich muss die glocke ja rohrfleisch waren zu drei stück so an dem muss ich noch mal vorbei und dann will ich hier irgendwie so rum gleich also oben rum am xadas anstatt zu xadas und dann kann man das rum direkt dann eher links abbiegen so normales dürfen jetzt stelle ich mir wirklich fragen wo ist unser begleiter hätten wir vielleicht doch nicht so rennen dürfen ja hier ist das auf jeden fall nicht ich glaube wir haben ihn verloren den sehen wir nicht mehr wieder vielleicht können wir noch mal kurz wie mit xadas reden und die bildzeit sagen für was wir uns entschieden haben ich glaube das haben wir noch nicht gemacht so denn ich will jetzt gleich eigentlich diese richtung gehen so und da haben wir schon sein turn der alte turn fetisch ist wirklich und diesmal der turm ist größer als alles andere was er vorher hatte so xadas ist ich hier nein das kenne ich schon um einen mächtigen trank herzustellen braucht man viel ruhe wir können später noch reden kenne ich das hier schon hier steht was über alchemie ah ok alchemie auf 100 haben wir jetzt ok also xadas kann ich jetzt nicht nochmal irgendwas bescheid sagen ich glaube ich werde jetzt nicht mehr alles einsammeln hier so dann gehen wir da lang und dann hoffentlich finden wir das letzte angrab was uns noch fehlt was hier sein soll und noch mal auf die karte gucken warte mal was war das klonstöckel noch mehr zu essen perfekt ok katze an dem kommen wir nicht anders vorbei zwei stück sogar doch wir kommen so vorbei wölfe so dann schau ich mal hier entlang ok ok kein problem so auch erstmal ich da alles mitnehmen ok die musik kam etwas verspätet warte mal ist das noch ein orklager hatten wir den schon oder hatten wir den noch nicht ähm grauher hansen was polterst du hier rum du vertreibst noch das ganze wild äh wieso lebst du hier draußen wieso lebst du hier draußen ich bin jäger für den wolfsklan aber ich habe keine lust ständig ins dorf zu rennen die meiste zeit bin ich hier draußen wenn ich genug fälle zusammen habe bringe ich sie ins dorf ansonsten tausche ich mit herumreisenden nordmahrern hast du tausch waren hast du tausch waren ein bisschen was habe ich immer da vielleicht kannst du ja was gebrauchen herumreisende nordmahrer wer kommt denn hier vorbei herumreisende nordmahrer wer kommt denn hier vorbei ab und zu bekomme ich besuch von dem einen oder anderen jäger meistens sind aber die orktöter des feuerclans hier unterwegs ok was machen die orktöter hier was machen die orktöter hier sie jagen orks außerdem gibt es hier eine alte grabhöhle dort schauen sie nach dem rechten erzähl mir was von der grabhöhle erzähl mir was über die grabhöhle dort liegt irgendein held aus grauer vorzeit ich habe keine ahnung wer wenn du mehr wissen willst solltest du zum feuerclan gehen ja ok wo ist die grabhöhle wo ist die grabhöhle östlich von meiner hütte in der großen bergwand ok was kann man hier jagen was kann man hier jagen hirsche das plateau ist der beste ort in ganz nordmahr für die hirsche wenn du willst kannst du mir helfen wie viele hirsche soll ich erlegen am besten alle so ok ich wollte noch zum wolfsclan soll ich eine lieferung mitnehmen ich wollte noch zum wolfsclan soll ich eine lieferung mitnehmen warum eigentlich nicht hier diese eiswolf fälle müssen zu ruhen in dem proviant meister ok zeig mir deine ware zeig mir deine ware ok mehr hat er nicht kann ich ihm was andrehen hier das hier das warum haben die alle so viel geld eigentlich ist so blut ernte wollten wir behalten aus irgendwelchen gründen einfach weil der name geil ist krushwarok noch mehr krushwaroks das hier also die dinge auch nochmal böses vernichten böses vernichten kann weg schmuck kann weg das kann weg das kann weg das kann weg ok östlich von ihm ist äh das dingens östlich also hier irgendwo an der felswand oder meinte das da in den hier vor in den in den wo in die von nach hinten das jetzt bisschen weiter südlich ist Ich speichere trotzdem mal, bevor ich gegen die da antrete. So, weg mit dem Vermahnen. So, was mit dem? So, alles mitnehmen. Kann man wieder verkaufen. Also, der Schamane hat mir irgendwie am schlimmsten was angetan hier. Okay, alle erledigt. So, jetzt überlegen. Irgendwie muss ich da hinkommen. Nur wie? Okay, Ripper. Und Eiswölfe. Natürlich müssen da noch Eiswölfe sein. Musik hat auch wieder tausend Jahre gedauert. Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist noch einer da? Nein. Okay. Ich habe ihn was großes noch hier in der Nähe. Jetzt ist die Frage, was ist das Große, was ich hier höre? Ach, der! Mist. Äh, wann hat ich das letzte Mal gespeichert? Okay, hier. Schwarzer Troll. Jetzt rennta! Kommt der hinterher? Okay, der braucht, der braucht ein bisschen. Und nochmal einen Heilprank. Äh, Heilprank! So. Den haben wir jetzt. Weichern! Was hab ich da gehört? Da sind die Nashörner wieder. Aber ich will eigentlich in Richtung Süden. Willst du da ein, äh, Dings hier. Zum Grab. Ja. Vielleicht ist es hier? Ne, jetzt bin ich unten. Noch mehr Erz. Nehmen wir mal mit. Einmal speichern. Nein! Da ist nochmal Erz. Aber... Ach, ich bin jetzt auf der falschen... Ich bin in der falschen... Auf der falschen Seite. Aber... Gibt's da einen Weg nach oben. Ich bin in der falschen Seite. Ich bin in der falschen Seite. Ich bin in der falschen Seite. Warte mal. Ist da hinter ein Höhleneingang? Ne. Das war nur eingebildet. Wenn ich jetzt hier runter... Ringe irgendwie... Kann ich's überleben? Da wartet jemand. Wer ist das? Enos sei Dank. Endlich kommt hier jemand vorbei. Äh... Was ist los? Was ist los? Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen und mich hier verstecken. Wer ist wir? Ich sehe hier nur dich. Mein Kumpel hat's nicht geschafft. Sie haben ihn direkt niedergemacht. Äh... Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Die Orks haben den Ahnenstein von Angier. Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Ich will Rache. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ja. Zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein. Aber überleg dir das gut, das wird ne heiße Nummer. Äh... Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich bin Orktöter vom Feuerclan. Wir waren auf dem Weg zur Grabhöhle, um nach dem Rechten zu sehen. Dann kamen die Orks. Was? Erzähl mir was über Angier. Erzähl mir was über Angier. Angier Eisenfaust war eine der größten Schmiede, die es in Nordmar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und das ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Äh... Können wir handeln? Können wir handeln? Ja, auf den Reisen durch Nordmar finde ich eine ganze Menge Kräuter und so. Hier, sieh selbst. Äh... Zeig mir deine Ware. Okay, der hat jetzt nicht das, was ich mir erhoffe. Aber ich kann ihm die Dinger hier andrehen. Und sonst... Hier habe ich nochmal Schrott. Eine Schaufel sogar zu viel. Okay, äh... Lass uns den Schamanen töten. Lass uns den Schamanen töten. Lass uns das tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Bleib dicht hinter mir. Äh... Speichern. Jetzt bin ich neugierig, wo der... wo es hinführt. Ich dachte ich hätte hier schon fast alles, äh... ausgeschaltet erledigt hier okay jetzt ist die frage wird er das auch überleben okay jetzt verdammt jetzt kommen die nächsten schnellen halt da 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 sind doch ein bisschen zu viele ein bisschen viel zu viele zu nah da hinten ist eine zum glück beschäftigt da 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 ich gehe gleich drauf das ist doch ein bisschen viel zu viel hier ich glaube er wird drauf gehen ich glaube er stirbt gleich ja gut gelaufen auf jeden fall sehr gut ich müsste mich vielleicht irgendwie eine position suchen wo ich dann mit bogen die angreife eine erhöhte position und ein ganzes ork lager hier wenn ich jetzt durch renne irgendwo muss es doch eine möglichkeit geben von oben die zu attraktieren ich werde nicht zertreten hier weil das wirklich zu viel auf da ich lebe für den sieg ähm okay da war jetzt sprachlos da muss ich einen anderen weg finden ich werde dich töten ich werde dich töten ich werde dich töten nein so kurz was snacken dann sind die da auf ihn fixiert jetzt kommen jetzt kommen die nächsten beiden die Okay, die können wir uns umgehen. Also die Bölscher können wir uns umgehen. Jetzt benutze ein Schild. Ich muss einmal kurz abhauen. Und ein bisschen Energie tanken. Immerhin helfen die Wölfe mit. Und die Säbelzangkatze. Wir leben. Alter. Alter. Okay, die haben jetzt auf mich das abgelehnt. Okay, der ist auch hinüber. Jetzt. Was mit dem? Das wird viel zu looten geben hier auf jeden Fall. So, wer greift mich hier? Äh, das sind zu viele. Dahinten kommen noch mehr. Und bis der da ist. Ja, super. Ich glaube, ich werde gleich noch einen Heilschrank kaufen. So, ich werde noch mal kurz rennen. Ich werde noch mal kurz rennen. So. 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 So, wie kommt das. So. 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 oder ich gönne mir eben schnell eine Suppe, den Eintopf. Ah, da kommen die Nächsten. So, komm. So, nochmal Abstand gewinnen zu denen. Dass die ja jetzt auch sagen, bleib stehen Moran. Ach, da wollte ich auch hinüber. Echt jetzt? So, noch ein Halbgang und ein Ausbauergang. Das ist gescheitert. Ich finde den Ortschaman. Weil der jetzt tot ist oder wie? Ich werde dich vertreten wie einen Sohn. Ähm. Weil die... Okay, jetzt kommt noch ein Anführer dazu. So, äh... So, Haltrang. Okay, sollen die dann gegen die Wölfe kämpfen? So, anführe das hinüber. So, anführe das hinüber. So, wo liegt er jetzt? Ähm. Ich würde da vielleicht einmal auch einen anderen Spielstand speichern. Den hier. Okay. Nur um zu gucken, äh... Du bist kein Gegner. Du bist kein Gegner. Okay, da ist schon der Schramar, ne? So, ich lad das hier nochmal. Im schlimmsten Fall muss ich komplett nochmal neu laden. Ich hoffe das, äh... Muss ich nicht. Es ist aber dann nur die eine Quest gescheitert, aber nicht das mit den... Der müsste eigentlich... ...ne Dings haben. Ah! So. Ich werde dich zertreten, Gerrlich. Anharp! Ja! Ich werde dich zertreten, wir. auf wen zielt er die ganze zeit auf den falschen äh ich renne nochmal nein bis die da sind der tötet seine eigenen leute oder wie nein 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 hier hinter so jetzt aber okay kann ich die anderen hier zu tun die alle hier rumliegen jetzt schade halt um ihn aber naja können eigentlich ordentlich geld wieder machen auch wenn wir das eigentlich gar nicht mehr brauchen so es wollte nehmen wir auch noch mit so 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 alter was ein schlachtfeld hier äh obwohl wieviel leben hat die katze noch so wir müssen definitiv halbrenge kaufen so so äh da hinten liegt noch ne waffe alter ich werd die nicht mehr alle buchen wir haben eh mehr als genug geld dann scheiß drauf ich geh jetzt da einmal hin beziehungsweise ich esse nochmal ein bisschen Fleisch und das können wir speichern weil es ist jetzt schade dass äh ein Ding hier tot ist dass er es nicht geschafft hat aber besser besser so als eine komplett fehlgeschlagene quest also dass wir gar nicht mehr an den armstein kommen wir haben nur noch zwei heiltränke unglaublich ich lasse die liegen natürlich müssen da jetzt auch noch untote sein was denn auch sonst aber das müsste jetzt wirklich der letzte sein was ist das denn für einer da kommt ganz ehrlich scheiß drauf so natürlich greifen wir auch von hinten an da ja da 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 doch so den haben wir da so und nochmal was futtern und speichern bevor wir die nächsten holen da ja komm da ja komm da ja komm ja ja komm da ja das da ja 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 da ja das wir ja und das ja ja das ja 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 das ich ja jetzt kommen das sind eh nur noch so wenige ach der dahinten ist ein Wurmschütze da kommt schon der nächste ok nein ich wollte schon sagen warum ist er jetzt hängen geblieben da 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 so komm so jetzt was futtern und speichern so einmal noch und jetzt so ne hier muss man nicht hin ok also gezielt in die richtung so ein paar mehr na nicht von hinten das ist frech das feige von hinten ist immer feige da 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 Wieso sollen die Hirn kommen? Ich habe so gefühlt, der zieht auf den, der zuletzt getroffen hatte. Das ist ja mies. Warum will der jetzt die ganze Zeit diesen Stichangriff machen? So, einmal speichern. Ich hoffe, da ist jetzt nur noch der Haupt. Ne, da sind noch ein paar mehr. Da. 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 Ahn. Da. Da. der eh langsam unterwegs ist ich habe eine fleischwanze glaube ich habe eine fleischwanze erwischt so drei schlüsse glaube ich nein so angehe kann angehe kann ich nicht looten okay ich habe jetzt gewundert was war das jetzt also warum jetzt die musik so komm so rune sockel der sockel sieht aus als wenn man etwas hineinstecken kann ja ansteigen passt so dann haben wir jetzt alles kann das sein dann haben wir jetzt alle ordensschwert warte mal ich vergleitet mal klinge schaden 110 geschärft gesegnet vergiftet nordmachschwert warte mal große waffen weil okay aber ich behalte mal beziehungsweise warte mal wir jetzt alle oder wir haben jetzt alle Frithjop wartet. Okay. Keine Ahnung, wo der ist, aber... Jetzt haben wir alle, meine ich. Kehrt? Wegen der Ahnen. Ich habe die Macht von Angir. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht aller Ahnen. Gut. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Jetzt beende deine Aufgabe. Aufgabe? Vertreibe die Orks aus Nordmar. Nordmar ist befreit. Die Clans stehen für immer in deiner Schuld. Keine Summe Gold ist groß genug. Unsere Schuld zu vergleichen. Moment. Ja? Äh... Was ist mit einer... Äh... Gold ist in Ordnung. Äh... Was ist mit reinem Erzholing? Was ist mit einer Waffe? Was ist mit einer Waffe? Eine gute Wahl. Hier. Nimm ein Schwert. Du bist ein würdiger Träger. Nordmar-Schwetter. Äh... Falsche Wahl. Also Nordmar habe ich jetzt befreit. Habe ich auch eins, äh... Das zum Hammer-Clan führt? Wenn du schrei im Kloster... Wolfs-Clan... Ich habe keins, das zum Hammer-Clan führt. Schade eigentlich. So, aber... Bringe ein, das Geheimnis der Druiden. Ketil braucht zwölf Wies und Fälle. Stay in das Rüstung. Bringt die Eizung Fälle zum Wolfs-Clan. Der Grünstein des Wolfs. Dann lege die Hirsche auf dem Plateau. Töte den weißen Hetzer. Ich habe keine Ahnung, wo der weißer Hetzer sein soll. Aber ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus.